Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon Magical Melody. Wir haben Erntedankfest und wir dürften eigentlich relativ viel Kuchen bekommen. Hey, hey das ist Joe. Joe, gibt uns heute auch irgendetwas. Ich habe heute Morgen Fische gefangen und will dir einen abgeben. Aber du ist dir nicht so gut, du solltest ihn lieber kochen. Damit hätten wir auch die nächste Note bekommen. Tja, bis bald. Das sind sehr schöne Parts. Bis jetzt also, da rührt sich wenigstens was. Wir bekommen Noten am laufenden Band. Gestern in der Aufnahme bzw. Note des lustigen Handwerkers. Ein Lehrling, der gut gelaunt, freundlich und optimistisch ist. Ein Anfänger beim Angeln, doch ein guter Schreiner. Ja, wir haben drei Noten in zwei Parts. Das ist eigentlich relativ gut, würde ich mal behaupten. Okay, dann gucken wir mal. Den Hässling legen wir auf jeden Fall in das Kühlschrank. So, den würde ich gerne hier oben haben und den Spinat da irgendwie ein bisschen weiter runter klatschen. Dankeschön. Dann aber nämlich auch die zwei Fische für den nächsten Tag. Das ist sehr gut, da muss ich heute nicht angeln gehen. Wir haben Post bekommen. Hallo, wie geht's? Wie läuft's mit dem Angeln? Besser? Mir selbst geht's ganz gut. Komm, wir fangen uns einen großen. Joe. Ach ja, der Joe. Da könnte rein theoretisch ein Trüffel fliegen. Will ich mal gucken, ob ich Glück habe und nochmal einen Trüffel finde. Da will ich einfach mal gucken, habe ich Glück. Einfach um zu sehen, ob diese Methode wirklich funktioniert. Das eine Mal war ja mehr oder weniger Lack, dass ich da wirklich einen bekommen habe. Aber, ich hasse dich, Maulwurf. Ja, ein Trüffel und Geld. Doppelglück. Die fehlt uns ja auch noch Noten des Irgendwas. Und hier haben wir den Trüffel. Sehr schön. Und die ganzen Süßkartoffeln sind fertig. Und die ganzen Aubergine. Ja, holler die Waldfee. Das finde ich jetzt nicht so ganz prickelnd. Auf jeden Fall den Trüffel verkaufen. Zack. Und wieder 1000 bekommen. Okay, die Eier brauche ich jedenfalls zum Essen. Die Aubergine werde ich alle verkaufen. Wie mache ich das jetzt am blödsten? Denn mein Kühlschrank ist auch so ziemlich randvoll. Ah, die bekomme ich nicht alle weg. Wie mache ich das? Ich verkaufe einfach alles. Ich habe mich dazu entschieden, ich werde alles verkaufen. Außer zwei Süßkartoffeln und zwei Aubergine. Der Rest wird alles verkauft. Das dürfte eigentlich mehr als genug sein. Ich habe noch genügend Süßkartoffeln im, beziehungsweise im Lager, beziehungsweise im Kühlschrank halt. Und das dürfte mehr als genug sein. Die Aubergine, Nofalz müssen wir halt wieder ein bisschen warten. Bis wir dann wirklich alles wegbekommen. Aber, wenn ich da jetzt dieses große, ja, mein Gott, ich werde mir im Sommer, beziehungsweise ich werde mir den Hühnerstall dann im Winter verlagern, nach unten. Das Haus werde ich mir nach links verlagern. Dann werde ich einfach, damit ich hier ein kleineres, ähm, ein kleineres Feld haben werde. Und unten dann wirklich sagen kann, ich habe jetzt unten die Zucht von den Tieren. Da sind die Hühner, sind die Kühe, sind die Schafe, sind die Pferde. Da muss ich halt einfach ein bisschen verlagern. Und die Wasser, also den kleinen Ding da, den ich da habe, diesen kleinen Gießkannen auffüllgedöns. Werde ich auch dann ein bisschen verlagern. Da muss ich halt gucken, da, mein Gott, geht halt ein bisschen Geld drauf, aber, pfff, don't care. Gut. Das aber dann erstmal im Winter. Winter ist nämlich die Zeit, um Geld auszugeben. Geld, 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 Geld. Gut. Dann haben wir hier noch drei Auberginen hängen. Vier haben wir noch hängen, die da unten habe ich jetzt erst gerade gesehen. Das heißt, wir können die hier alle mitnehmen. Und können uns an das Süßkartoffelpflücken begehen. Anfang, whatever. Wir können anfangen, Süßkartoffeln zu pflücken. So. Das ist das Wort, welches ich da oben. Paprika, die mampfen wir dann später, nachdem wir gegossen haben. Und dann gehen wir runter zu den Tieren und werden uns alles andere irgendwie machen, tun, whatever. Die Süßkartoffeln, die jetzt sind, würde ich aber wirklich hundertprozentig noch dabei haben. Einfach, um den Kühlschrank jetzt noch voll zu bekommen. Und dann noch zwei Memmentar zu haben. Und wenn ich drei Memmentar habe, ist es auch kein Stress. Wir mampfen einfach... Nein. Ich wollte das Ei eigentlich hier reinlegen. So. Wobei es eigentlich sinnvoll ist, die Paprika zu verkaufen und das Ei zu essen. Wobei das Ei irgendwie mehr Energie gibt. Aber never mind. Wir mampfen einfach die Paprika. Gut, 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 gut. Dann die Süßkartoffeln. Das dürfen wir aber alles locker in die Tasche bekommen. So. Dann anfangen zu gießen. Das war falsch. Wobei es eigentlich egal ist, ob ich jetzt den hier oben noch... Ach, das passt sogar. Okay. Ich habe nichts gesagt. Dann einmal das hier gießen. Und einmal das hier gießen. Zack. Und einmal hier so. Einmal da hier gießen. Einmal so. Dam, 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 dam. Zack. Und dann ab hier, ab hier. Und hebs und drehen und gießen. Und passt alles. So. Und dann die hier mitnehmen. Ich hoffe, wir haben noch Platz für zwei Sachen. Jawohl. Das passt alles wunderbar. Wir haben sogar noch mehr Platz. Das ist ja... Ja, das läuft. Ja, das läuft. Dann einmal so. Morgen können wir dann den Kürbis auch wieder weglegen. Einmal drei. Das heißt, hier gießen. Einmal eine Monstergießung vollführen. Dann wäre es aber nicht sinnvoll, wenn ich von unten anfangen würde. Weil dann würde ich die hier auch mitgießen. Und ob ich jetzt... Ja, das wäre, glaube ich, sinnvoller. Ja, ist aber eigentlich auch egal. Es ist eigentlich egal, wie ich gieße. Hauptsache, es wird alles gegossen. Gut. Bis 16 Uhr haben wir Zeit. Das heißt, wir gehen jetzt... Gehen wir jetzt zu den... Ja, wir gehen noch kurz runter. Es sollte eigentlich zeitlich alles drin sein. Da hier drin ja die Zeit eh nicht... Äh, vorrang schreitet. Da wir hier eh unendlich Zeit drin haben. Und dann gucken wir uns mal das Erntedankfest an. Wie wir da Kuchen geschenkt bekommen. Und wenn wir schon mal hier sind, kommen. Gehen wir einfach runter. Das passt so alles. Das passt. Das passt. Gut. Dann einmal hier nach unten wuseln. Das hier würde ich auch gern noch wegbekommen. Zumindest einmal hier alles noch abgemäht. Das kann ich eigentlich am letzten Tag vom Herbst machen, da ich hier eh nicht mehr gießen werde und ich dann genug Ausdauer habe für... für das Mähen von Gras. Im Winter dürfte das ja nicht nachwachsen, soweit ich weiß. Wäre ja auch irgendwie dumm, wenn ja. Wenn es nachwachsen würde. Und dann haben wir einfach kurz Zeit, um das Ganze irgendwie... wegzumähen. Und alle sind glücklich. Meine Tiere sind glücklich. Ich bin glücklich. Ich habe wieder mehr... mehr Essen für die Tiere. Mehr Futter. Die Tiere müssen nicht verhungern. Sind halt glücklich, weil sie Essen bekommen. Ich bin glücklich, weil meine Tiere mir Produkte geben, die ich täglich verkaufe kann und ich so viel Geld bekomme. Und die Wirtschaft ist glücklich, weil sie Produkte bekommen hat, die die Leute essen können. Und... Ach ja, alles sind glücklich. Ja. Ich bin auch am überlegen, ob ich jetzt einfach nur wieder... Nee, 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 nee. Das passt so. Das passt so. Wie ich jetzt die Tiere habe. Ich habe gedacht, ob ich mir eventuell... was verkaufen werde. Aber nee, das passt so. Das passt so. Gut, dann brauchen wir einmal das Melkgerät. Da haben wir einmal Spezialmilch bekommen. Und hier bekommen wir... normale Milch. Das ist jetzt nicht so toll. Dann... tauschen wir das durch die... Durch die... Nein! Nein! Du Idiot! Du Idiot! Ich hasse dich! Du Idiot! Meine Milch! Nein! Oh Mann! Ja, da bekommt halt Olaf jetzt die Milch von unserer ersten Kuh, die wir jemals hatten. Ja, okay, gut. Fuck. Oh Mann! Ah, fail, 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 fail. Ah, das wurmt mich. Ich wollte doch... Dieses... Ich wollte das doch tricky machen, indem ich die andere Milch dann rauspacke, auf dem Boden klatsche, mir die andere aufhebe, einstecke und dann wieder die gute Milch einstecke. Aber irgendwie hat das nicht so gepasst, wie ich mir das vorgestellt habe. Tut's ja nie, wenn ich irgendwas vorhabe. So, einmal dich da hin. Dankeschön. Dann brauchen wir... Oh Gott, oh Gott, wir bekommen ja auch noch fünf Kuchen. Dann... Oh, da haben wir aber genug Platz. Da haben wir genug Platz. Einmal so, einmal so und die Milch können wir hier lassen. und dann lassen wir... Eine Uberschiene legen wir noch rein. Und den Rest, das Werkzeug... Wie viel Platz haben wir jetzt? Wir haben... Zwei... Wir haben sechs Platz. Wie viel Kuchen werden wir bekommen? Einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Oh Gott, oh Gott! Einer, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf eventuell. Okay. Okay, wir haben hier sechs. Das heißt, ich werde hier das jetzt alles mal weglegen. So, ich will nämlich den ganzen Kuchen. 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 Kuchen ist lecker. Ich weiß halt nicht, wie das dann gewertet ist, ob ich den dann einfach bekomme und ob der in meinem Inventar ist oder sonst irgendwo. Das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir jetzt unser Inventar ist ziemlich leer. Und wir gehen da rein. So, Dankeschön. Oder ob der Kuchen dann gleich gegessen wird? Ich kann es nicht, ich kann es nicht sagen. Wir sind für das diesjährige Erntefest sehr dankbar. Wir bedanken uns auch für die Bemühungen aller. Wir danken der Erde für ihre Gaben. Genieß bitte das herrliche Essen. Es ist klar, dass man der Natur dankbar sein muss. Aber ich habe immer das Gefühl etwas Wichtiges zu übersehen. du gibst mir keinen Kuchen. Oder ist es erst beim Kürbisfest, dass ich da dann Kuchen bekomme? Na gut, iss kräftig, damit du tüchtig arbeiten kannst. Man ist für die Gaben der Natur glaube ich dankbar, wenn man in den Bären lebt. Oh ja. Es kann natürlich auch sein, dass ich... Und? Für leckeres Essen bin ich dankbar. Meine Ernte war dieses Jahr prima. Sie ist bestimmt besser als deine. Nein. Nein. Definitiv nicht. Mutter Erde und das Meer alles ist lebendig. Ich frage mich, ob du wirklich verstehst, was das bedeutet. Und damit wäre das Fest vorbei. Dann müssen wir wohl das Fest nun beenden. Wir hoffen, er kommt nächstes Jahr wieder. Es kann auch sein, dass ich das Erntedankfest jetzt mit dem Kürbisfest vertauscht habe. Das kann auch sein. Maybe. Ich weiß es nicht. Sieht aber so aus. Das irgendwie... Warte mal. Ich will jetzt mal was gucken. Also das wären jetzt schöne kleine Parts. Das gefällt mir. Die brauchen nicht so eine Ewigkeit zum Hochladen und zum Rennen. Oh, das gefällt mir. Steht hier jetzt schon? Nee. Hä? Ich bin verwirrt. Note der Schätze? Nein. Brut? Nein. 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 Bist du das? Der Beliebtheit? Nein. Maulwurfjagd? Nein. Nein. Laufen lernen? Nein. 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 Wo ist... Hä? Wo sind die ganzen Feste? Nein. 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 Für den Besuch des Erntefests. Note der Beliebtheit müsste das sein. Wieso habe ich keine Kuchen geschenkt bekommen? Verdammt. Ich will Kuchen. Ich dachte, die mögen mich. Oh Mann. Ich gehe jetzt schlafen. Ich gehe jetzt schlafen. Da muss ich nochmal gucken. Ich dachte, ich bekomme hier Kuchen. Hm. Vielleicht hat sich das Spiel so gedacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verbarrikadiert die Tür und sperrt die Treppe ab. Das ist gerade so ein WTF. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist dieses Ding da, was sich Olaf schimpft, anfängt zu krabbeln. Das ist auch schon wieder so herabwertend. Dieses Ding, was sich Olaf schimpft. So. Auf jeden Fall nehmen wir wieder unser Zeug mit. Wir müssen wieder Geschenke verschenken. Weil Geschenke sind da, um verschenkt zu werden. Geben sie mir das. Geben sie mir das. Geben sie mir das. Geben sie mir. Das. Geben sie mir. Das. Ist die Rassel jetzt noch von Bedeutung? Nein, die Rassel ist glaube ich nicht mehr von Bedeutung. Doch, die Rassel ist noch von Bedeutung. Glaube ich. Es macht immer halfway, halfway, whatever. Und. Kürbisfest. Ich verstehe es nicht. Ich wollte Kuchen geschenkt bekommen, verdammt. Aber das Spiel. Wir haben 70 Noten. Oh mein Gott. Das sind 20 mehr als ich beim letzten Mal hatte. Da hatte ich 50. Als ich es privat gespielt habe. Aber Leute, das war es für den Part. Ich bin dankbar fürs Zugucken und sage, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play. Harvest Moon, Magical Melody. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.